Hallo, mein Name ist Harald Sterli. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geografischen Institut der Universität Wien und arbeite dort zu den Einflüssen des Klimawandels auf Entwicklungsprozesse im globalen Süden und auf Migrationsprozesse. In dieser Lektion schauen wir uns die Auswirkungen des Klimawandels auf menschliche Gesellschaften, speziell auf Entwicklung und ländliche Räume im globalen Süden an. Dazu gucken wir auf drei Dinge. Einerseits auf die Auswirkungen des Klimawandels auf menschliche Systeme und wie komplex diese sind. Dann schauen wir uns einige konzeptionelle Grundlagen an, die wir brauchen, um das besser verstehen zu können. Und dann schauen wir zum Dritten einige konkrete Beispiele aus Südostasien und Thailand an. Ich bin ein mìnhne Forum. ist bisher ich kann euch 4 mal mehr in die dias报 – ich kann euch das spendRaus